Ja, hallo. Also, wir haben uns die Frage gestellt, was tun, wenn es vorkommt, dass in einer Mitgliedsorganisation, die sich um sozial benachteiligte Leute, unter anderem auch Flüchtlingsfamilien, mit Lebensmitteln kümmern, wenn dort in den eigenen Reihen diskriminierende und abwertende und rassistische Äußerungen kommen? Oder was tun, wenn in einer kleinen Mitgliedsorganisation im ländlichen Raum eine Spende der NPD einfließt? Oder was können wir tun, wenn sich herausstellt, dass in einem Pflegedienst die Pflegedienstleistung in einer organisierten Neonazi-Struktur verhaftet ist? Oder was kann man tun, wenn der Chef einer Mitgliedsorganisation sich abfällig über die Ehe von Homosexuellen äußert? Ja, was kann man tun? Und um Antwort zu finden, haben wir 2013, oder hat sich das Projekt 2013 Schau hin auf den Weg gemacht und ein Beratungsnetzwerk gesponnen gegen die Ideologie der Ungleichwertigkeit und für demokratische Teilhabe. Und das sind Beratungsmanagerinnen, die sich auf den Weg gemacht haben, um eben aktiv zu sein und Handlungsoptionen zu finden mit professionellen Beratungsstellen in Thüringen beispielsweise. Und die agieren ähnlich wie Antidiskriminierungsbeauftragte und sind Kontaktpersonen oder kreative Initiatorinnen und arbeiten eben in dem Feld, um Widerstand zu leisten für die Rechte für alle. Genau. Die Frage, die sich an dieser Stelle vielleicht stellt, wer denn alles in diesem Netzwerk organisiert ist, also das ist zum einen der Paritätische Landesverband Thüringen und das Bildungswerk Blitz, die in Kooperation das Projekt Schau hin koordinieren. Dazu zählen aber auch noch professionelle Beratungsstellen sowie 14 Mitgliedsorganisationen des Paritätischen Thüringen. Das sind exemplarisch der Tebra-Landesverband, die Aids-Hilfe, eine Interessengemeinschaft für Hilfesuchende und Suchtkranke in Thüringen zu nennen. Und hier ergibt sich oder ist, denke ich, schon ersichtlich ein ganz unterschiedlicher Arbeitskontext der angesprochenen Beratungsmanager. Und daraus entsteht natürlich ein ganz vielfältiges und breit aufgestelltes Netzwerk, welches von einer gemeinsamen Haltung geprägt ist, einer menschenrechtsorientierten und empathischen Haltung, so wie auch den Werten, die ja im Paritätischen verhaftet sind, Offenheit, Vielfältigkeit und Toleranz. Diese sind unwahrscheinlich wichtig, um wie auch schon angesprochen, gegen Ideologien der Ungleichwertigkeit zu sensibilisieren, antidemokratische sowie diskriminierende Verhaltensweisen erkennen zu können und diesen aber auch nachhaltig begegnen zu können. Ja, die Haltung und die Werte, die ich eben genannt habe, sind ja auch im Paritätischen verhaftet, nicht letztendlich, nie zuletzt, aber ja auch zu erkennen in dem Symbol des Paritätischen. Ausgehend davon und von diesem Wertedialog erhoffen wir uns, dass die Haltung und diese Werte offen, vielfältig, tolerant, menschenrechtsorientiert in unserer aller alltäglichen Arbeit noch viel stärker ins Bewusstsein rückt. Dieser fordert unserer Meinung nach eine stärkere Positionierung des Gesamtverbandes als auch der einzelnen Landesverbände und der darin organisierten Mitgliedsorganisationen. Diese Positionierung gilt es dann auch stärker in die Öffentlichkeit zu tragen, denn wir brauchen ein deutliches Zeichen für Zusammenhalt gegen jegliche Form der Ausgrenzung, Diskriminierung und gegen Rassismus. Der Gesamtverband hat ja schon die Charta gegen Rassismus und Rechtsextremismus veröffentlicht und dies ist unserer Meinung nach schon ein richtig guter Aufschlag, den es aber weiter zu verfolgen gilt. Und wir denken, dass der heutige Wertedialog dazu ein richtig guter Anstoß ist, um auch nachher in den Open Space Runden dazu noch weiter ins Gespräch kommen zu können. Das wäre es dann schon. Vielen Dank. Vielen Dank.